Hallo und willkommen zurück bei ARK Playstation 4 Ragnarok und ja, beide sind noch am Leben. Wir sind immer noch auf dem Heimweg. Ich bin da oben durch die Schlucht gegangen, um halt nicht dem Giga über den Weg zu laufen. Aua, weil er ja gerne das drüber rumhampelt. Ja, jetzt habe ich mich gerade total verhaspelt. Aua. So, und jetzt, zack, zack, kommt hier. Wir sind doch jetzt so richtig, ne? Ich war jetzt lange nicht mehr zu Hause, aber das sollte richtig sein, ja. Das sieht doch mal angenehm aus. Home-Street-Home, würde ich sagen. Kommt hier auch rein? Ja. Der Atti hat auch ein paar Probleme, hier immer wieder hinterher zu kommen. Weiß nicht warum, der hat sich irgendwie immer an Mauern rangeheftet und ist im Kreis gerannt. Keine Ahnung, was das sollte. So, wir sind da. Und du kommst einmal her und alle anhalten, bitte. Danke. So, was ist hier passiert? Nix ist hier passiert. Wir waren ja auch seitdem wir losgezogen sind. Nicht mehr hier. Wie sieht es mit Setteln aus? Was brauche ich denn noch für den... Das ist der falsche Sattel. Für den Sattel. Äh, Leder. Ja gut, haben wir reichlich Stroh... Zement. Ach, hätte ich es mal doch mitgenommen. So, nicht heiß. Ja, erstmal müssen wir ganz kurz ihn hier ein bisschen entleeren, wobei ich selber komplett voll bin. Fast. Erstmal das Obsidian. Das wollte ich ja... Wofür wollte ich dann hier das Obsidian nehmen? Hat das hier gebraucht? Ich bin ein Maximum verwirrt. Erstmal packen wir die Perlen rein. Und das muss ich hier rein. Da haben wir Zement. 80 Stück. Wird nicht lang. Aber das wollte ich doch eigentlich... Warum wollte ich das mal rein? Ich habe das doch schon reingetan. Warum? Ich bin so verwirrt. Ich wollte Polymer erstellen, ne? Da brauchen wir natürlich Zement. Ha, ha, ha. Und das wollte ich auch erstellen. Ja, scheiß den Dreck. Gut, wir müssen uns um Zement kümmern. Dringlichst. Gut, dann holen wir nochmal hier aus ihm das Leder und das Pelz raus. Wobei, ich glaube, ich bin dann zu schwer. Erstmal Leder. Und einmal... Oh, wo ist das heute? Geht's zweimal? Ja, doch. Kriegen wir hin. Bisschen schwerfällig, aber geht. Ich wollte ja sowieso auch noch die Schnee-Ausrüstung machen. Das wäre natürlich dann auch Zucker. Wir brauchen Stroh. Da habe ich nicht wirklich viel. Was fehlt mir denn noch? Stroh und übelst viel Zement. Ah, okay. Das dauert jetzt noch ein bisschen. Wir gucken mal kurz gegen Rüstung. Pelz. Genau. Da müssen wir einmal komplett durch die Bank weg. Den wir, was man hat, das hat man. Läuft. Das Öl, nicht wundern. Das hatte ich ja vom Amp... Irgendwann in den ersten Folgen hatte ich ja Öl gefunden, lustigerweise. Ja, das haben wir, das haben wir. Schettin-Rüstung, keine Ahnung, wo ich das unbedingt brauche. Fabrikator haben wir. Sättel, Waffen, ja gut, da sind wir auch gerade ausgerüstet. Sehr schön. Das ist schon mal erledigt. Zement. Welcher war denn jetzt der Zementkorb hier? Du nicht. Hier. Da haben wir nur ein bisschen Schießpulver drin. So eine Schittin-Keratin. Oh ne, das habe ich auch jetzt weg. Ich bin auch so... Ey, ich bin so ein Idiot. Ich bin so ein Depp. Na, toll. Ich habe das alles weggeworfen. Ja, ich entleere dich ja schon. Meine Güte. Nur am Heulen, der Junge. Oh, da hatte ich nicht irgendwo ganz viel... Echt, ich bin... Ich weiß, ich bin ein kompletter Vollidiot. So, kommt erstmal alles schön da rein. Und ist schon mal alles glücklich. Hier habe ich noch echt viel. Oh Mann. Mucho verwirrto. Alicasto. Zement, einmal bitte machen, was möglich ist. Ist nicht wirklich viel. Was haben wir noch in den Kisten? Nichts Tolles. Wir können hier fast verbrennen, die Kiste. Da ist sowieso nicht wirklich was. Die ist wahrscheinlich auch gehende Leere. Auch noch alles mögliche abgelagert. Hä? Ach nee, das ist... Ah, das Stroh, das können wir gebrauchen. Da habe ich ja noch ein bisschen Holz übergehabt. Das ist schon mal gut. Nicht so hilfreich, aber gut. Oh, man braucht da so viel von, ne? Das ist abartig. Ähm. Ne, da wird auch nichts mehr drin sein. Ja gut. Müssen wir nochmal an den Strand, würde ich fast sagen. Ich werde spontan nicht ein, wo ich das alles herkriege. Ich kann nicht so viel überlegen. Hm. Ich werde mal kurz Level ab. Das können wir mal hier machen. Oh, Level 81. Ich muss mal gucken, was... Oh Gott, ich komme mir den Baum jetzt gar nicht mehr hinterher. Na gut, egal. Könnt ihr ja mal sagen, was ich machen soll. Was ich bauen soll. Und hier werden wir erstmal... Äh. Ach, scheiße, stimmt ja. Äh. Ich brauche Benzin. Ich bin auch so ein Held, ne? Ich bin auch so ein Held. Und ich habe Hunger. Der hat ständig übelst viel Hunger. Gucken wir mal kurz. Oh, scheiße. Oh Gott, das muss ich alles nochmal nachprüfen. Ich bin so ein Mongo. Ich habe vergessen, wie Benzin geht. Das war doch Öl mit irgendwas und sowieso. Und habt ihr nicht gesehen, ne? Ich muss mal kurz mal in Level gucken, was sich denn es hier noch so ergeben hat. Äh, äh. Äh, äh. Äh, äh. Terri, Spino wären alles schön. Äh, ein Rex. Ich habe auch keinen Rex gesehen. Gibt es hier einen Rex? Oder Saurus. Kompositbogen. Den mag ich ja eigentlich recht gut. Splittergranate. Arten Tauchersachen. Oh, schön. Jetzt muss ich aber echt nochmal hier nachgucken. Ich habe das echt vergessen. Tut mir leid, Leute. Ich bin... Ich weiß nicht, wir schreiben von Winger, du musst das und das und dies und jenes machen. War das nicht? Ich glaube, ich weiß, was das war. Also brauche ich eh Öl und alles, ne? Treibstoff. Ja, Poppy ist wieder überfordert. Ja, ich glaube, das war mit der Räucherkammer, ne? Na gut, wir werden jetzt einmal kurz an den Strand düsen. Muss ich so oder so mal hin. Hoppla. Um mal nachzugucken. Ih, das mache ich dahinter. So. Um das zu finden, was ich will. Ich frage mal, das war doch hier mit dem Räucherofen, Öl rein und so, ne? Wie schnell es wieder sein kann. Ach, war das Öl und Leder in den Schmelzofen? In den Ofen? Ja, Öl und Leder. Gut, hatten wir. Ähm, Ferdinand, guten Tag. Hä? Da kommt ein Drop. Den hätte ich gern. Ich kann mal kurz im Wasser luschern. Äh. Ach, du folgst mir ja gar nicht. Was könnte denn hierzu alles auf mich warten? Okay, hier ist ja gar nichts. Das geht ja übelst weit weg. Und nichts ist da. Außer ein paar dumme Fische. Okay, Scheißdecke. Ich habe aber auch keinen Bock, es zu warten, dass der Drop da ist. Mann! Ich kriege mich wieder auf. Innerlich. Wo kriege ich denn noch Öl her, außer da jetzt hier irgendeine Ölquelle hier ranzumüssen? Oh, habe ich das damals herbekommen? Ich weiß hier irgendwie was lustigerweise. Ist das... Ist das Obsidian? Nee. Ist das so schwarz? Sonst täuscht das einfach. Ja, es täuscht. Hä? Was macht mein Dino da? Gleich untergehen, wenn er so weitermacht. Hallo, kannst du mir den Koffer zum Wasser nehmen? Ja, ganz witzig. Shit, wo kriege ich denn hier nochmal Öl her? Müsst ihr mich nochmal informieren? Das ist echt doof. Steine brauche ich, weil ich mich um Zement kümmern muss. Und Shitin. Was habe ich denn nochmal an die toten Dinos bekommen? Ja, außer das Fleisch, ich glaube, Shitin oder so, oder? Ja, könnte man auch nochmal nachgucken. Was haben wir hier? Ahaha. Ja, toll. Dann nehme ich das mit, das mit und eventuell einmal das mit. So, danke. Tschüss. Komm. Mit dir an meiner Seite kann hier sowieso nichts passieren, hier unten. Eigentlich. Obwohl ich noch nie gesehen habe, dass da eine Gesundheit was voll ist. Hm. Gab es hier nicht was? Ja, Keratin. Hey, toll. Sechs Stück. Hey, sieben. Na, herzlichen Glückwunsch. Aber Fleisch und Leder. Wissen Sie, dass die Schwarte kracht, oder was? Äh, hier. So ein Blaster ist ja echt kacke hier. Das ist ja gar nichts. Ja, komm. Huch. Was ist, wenn ich ihn an den toten Fisch mal hier knabbern lasse? Ändert das was? Einiges Öl. Alter. Okay. Wir holen uns jetzt die Fische. Sind ja ein paar. Diesmal ist es jetzt noch gesehen. Ob die immer noch da sind. Keine Ahnung. Oh, ja. Jackpot. Alter. Okay. Könnte mehr sein, aber könnte noch weniger sein. Hm. Wir werden noch Steine gebrauchen, ne? Ja, komm. Dann holen wir nochmal ein bisschen Steine ab. Ob ich bei weitem nicht so viele Steine runterkriegen werde. Äh. Endlich mal die richtige Waffe. So kann das nichts werden. Nein, 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 nein. Ach du Scheiße. Ich bin auch so ein Vollidiot. Ich habe doch Steine in der Basis. Also zum Abbauen. Direkt in der Basis. Bevor ich mich jetzt hier wieder ein Abwracker. Können wir gleich dahin gehen. Hier sind so viele Schafe. Kannst du nicht Steine einsammeln? Das wäre auch nice. Warum läuft das so schief? Warum läuft das so schief? Was ist mit der Kamera los? Hä? Warum bin ich denn... Merkt ihr das? Ich bin doch vor... Hä? Der läuft doch schief. Oh, wie ein Knick in der Optik. Ich glaube, ich bin schon wieder angestellt. Hä? Ich gehe doch... Ja komm, wo hängst du denn jetzt fest? Danke. Aber ist denn die Kamera so... Ach, egal. Ich glaube, wir haben ein Knick in der Optik. So, jetzt sind wir wieder zurück. Und können da weitermachen, wo wir aufgehört haben. War das nicht so? Ja, zack. Ach du heilige Scheiße. Leder rein? Und Öl rein, oder? So. Und das ist... Ach. Jetzt bin ich überladen. Na super. Warum? Vollidiot. Komm. So, da. Ach du Scheiße habe ich viel Keratin. Und das ganze Fleisch. Oh, lecker. Für die Betäubung. So, jetzt packen wir hier kurz mal das Keratin rein. So, dann können wir hier zwölf Stück machen, weil ich nicht genug Stein habe. Und dann machen wir hier zu Öl rein. Und ich hätte nochmal Leder mit dem können. Äh, falsch. Das müsste doch jetzt eigentlich gehen, oder? Oder bin ich komplett bescheuert wieder? Na komm. Wo hast du es? Du hast nur noch Leder. Genau. Ja, daran mangelt es nicht. Ja, weil wir keine Probleme kriegen, mit dem zu farmen. Und, 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 und. War der nicht so? Ach, der macht erstmal das scheiß Metall. Ja. Puh, Schwein gehabt. Da hätt ich mich mal wieder blamiert. Nee. Jetzt haben wir hier so viel Keratin drin, dass ich gar nichts anderes mehr reintun kann, oder was? Äh, doof. Los, Teil auf. So, dann können wir hier... Uah! Mal Benzin holen. Zumindest ein Ansatz. Da, 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 da. Können hier weitermachen. Indem wir das jetzt hier rein tun. Und dann können wir... ...dick anschalten. Und schon mal ein bisschen Polymer herstellen. Sehr schön. Was würde ich denn noch... ...ah, Stromgenerator und dann Kühlschrank. Das wäre was. Was gibt's hier noch? Ach, die Feldflasche. Stimmt ja. Gut, das läuft. Ich höre es auch die ganze Zeit. Und hier kommt dann das raus. Genau. Und wir holen nochmal ein bisschen Stein, um dann nochmal ein bisschen Zement zu machen. Zement. 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 Oh, ich hätte Strom mitnehmen können. Stimmt ja. Ich wollte auch noch den Sattel machen. Was er noch nicht im Kopf hat, hat man nur die Beine. Ja, komm. Ich bräuchte im Endeffekt für 100 Stück brauche ich 800 Steinen. What the fuck. Trauenhaft. He, 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 he. Und... Kommt schon. So, sind wir auch fast voll. Echt voll die kranzigen Bohnen, ey. Das ist unglaublich. Ey, da wollte ich jetzt nicht ran. Ich habe nur noch Steine in der Werkbank, ne? Wahrscheinlich. Ah, ich habe keinen Platz. So, doch. Ah, doch. Passt. So, dann 30 Stück. Oh Gott. Wir haben gerade mal 30. Oh Gott. Das kann doch nichts werden. Ne, ne, ne. Bis ich den Sattel habe. Ja, ein bisschen Steine haben wir auf jeden Fall noch drin. Holz, Stroh, Pelz, Heiligsblechle haben wir da viel drin. Es wird noch einiges. Gut, ich würde aber sagen, wir machen eine Folgenpause. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Das war jetzt halt wieder ein wildes Durcheinander. Aber so macht es die Tür zu. Und bau mal eine Tür hier ein. Aber so kennt ihr mich ja. So ist es hier. Hier werden noch mal ein paar. Oh, die sind schon fertig. Okay. Äh, was wollte ich noch? Metall waren. Wir machen nochmal ganz kurz Elektronik. Ganz kurz. Bin ich jetzt hier? Hallo. Ich hasse es. Ich hasse es. Sag mal. Ich meine eigene Tür finde. Hallo. Oh Gott. So. Schnell nochmal Metall holen. Da, da, da. Ich weiß gar nicht, wie viel ich brauche. Wenn ich jetzt vorne mitnehme, bin ich wahrscheinlich voll. Und ich brauche Metall da drin. Also nehmen wir nur 100 mit. Perfekt. Perfekt. Ja, du kriegst noch deinen Sattel. Kleiner Gieber. Äh. So. Metall rein. Verbundschoffel. Und gib ihn. Sehr schön. Da unten ist Reststand eben speichern. Das ist auch sehr gut. Das freut mich. Ich würde sagen, machen wir eine Folgenpause. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Die Bewertung würde mich freuen. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.